Alter, Premium muss das sein jetzt hier, Premium. Nein! Alter, Chaneera! Super seltenes Pokémon. So, wir brauchen nur noch 60 Pokémon, ne? Müssen wir noch ein bisschen was fangen. Alter, wo sind die ganzen Diktas? Alter, ein großes Diktar. Den nehm ich. Riesig, mein ich natürlich. Nein! Ah, falsch geklickt. Nein! Nein! Hahaha, ich hab mich verklickt. Scheiße. Okay. Blöder Controller. Der taucht auch kein neues auf, ne? So, doch. Wir müssen ja noch die 60 Pokémon zusammen bekommen. Hä, das sieht aus wie ein Aloladicta. Ist das andere dann auch so aus? Also, Aloladicta, eine, ich weiß es nicht gerade. Ich glaube, das sieht dann an der Seite nicht so grau aus wie jetzt gerade. Das sieht voll nach Aloladicta aus. Kann doch nicht sagen, wir sind nicht in der Alola-Region. An der Aloladicta sieht auch ein bisschen heller aus und hat hier oben drei, drei Härchen. Aloladictri erkennt man immer. An der Frisur ganz zufällig. Fang-Serie 2, Aloladicta, dann ist es shiny. Safe. Ich möchte gerne, ähm... Oh, wer ist er denn? Ich hab gehört, dass es irgendwo noch einen viel dunkleren Tunnel-Szene geben soll. Ja, interessant. Ähm... Ich habe geplant, wenn wir diese shiny-Chainy-Dive-Shoot machen, von dem ich ständig spreche, ähm... Da muss ich mir noch so ein Skript schreiben, was dann halt ausrechnet, äh... Wie wahrscheinlich es jetzt ist, dass das nächste Dicta ein shiny wird. Aber das macht hier leider gar keinen Sinn. Ähm... Weil ich ja jedes Pokémon dazunehmen müsste, was ich hier wild sehe. So. Und das passt dann halt nicht mit der Fang-Serie und so weiter. Sonst könnte man da so einen kleinen Skript schreiben, das im Stream anzeigen lassen. So. Assistent. Hallo, Kavaeron. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Prof. Eichs Lieblingsassistent. Äh... Zumindest der Zwilling von dem. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Komm in meinen dunklen Keller. Ich werde dich darin begleiten. Mmh... So. Das wird bestimmt geil. So, jetzt wird gerade was trinken und dann ist sowas. Warte mal. Krass. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist mir nämlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Ich glaube, die haben alles genommen, was Pokémon-Spieler hassen. Und es in die spezielle Technik gebracht. Denn einmal ist es der Schneider, eine nicht ganz so gute Attacke... Äh... Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Eine nicht ganz so gute Attacke, die man auf einem Storyverlauf braucht, um die Bäume zu zerschneiden. Und jetzt gibt es die geheime Technik Lichtflut, die die Attacke Blitz ersetzt. Blitz ist eine total scheiß... Scheiß... Scheißige Attacke. Die man aber braucht, um dunkle Höhlen zu erhellen. Finde ich gut. Hä, das sollte dunkel genug sein. Und jetzt hast du es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Allah, ist das auch Haki? Siehst du, jetzt ist es ja hell aus, obwohl das Licht an ist. In Wirklichkeit hat er nur den Schalter gedrückt. Scam. Oder er hat gesagt, Alexa, Wohnzimmer an. Danke. War zwar schon, aber ist egal. Äh, es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Okay, krass. Kann ich nicht. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt das innere... Äh, diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auch auf dich. Krass. Äh, huch, äh, will mir dein Evoli etwas sagen, dass es diese geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde? Äh, wie bitte? Es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ohne weiteres erlernt? Das ist ein krasses Evoli. Da bin ich sprachlos. Professor Oak hat mir zwar erwähnt, dass dein Evoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Echt faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um mir diese geheime Technik beizubringen. Und dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung einmal tief durchatmen. Und jetzt flute den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Ich hab's auch geschafft. Sehr geil, Evoli. Lichtflut. Dann, Evoli, ist einfach unglaublich. Ich hoffe, äh, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Sehr geil. Der Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Alles klar, ist K.O., aber trotzdem vor so einem inneren Auge leuchtet's dann. Äh, Felstunnel, genau. Geh von Azuga City aus nach Osten, dann bist du auf dem richtigen Weg. Genau, da müssen wir hin. Da ist auch Zapdos. So, also da müssen wir auch Story-mäßig jetzt hin. Ähm, wir hätten rechts die, lol, wir hätten rechts die Route noch machen können, aber die können wir später nochmal machen. Hey, Kavaeron! Hast du dir auch geheime Technik von Professor Ice Assistant beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie eh Evoli an deiner Stelle beigebracht? Der Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo wir die Technik ausprobieren könnten. Wie wäre es? Soll ich dich hinbringen? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Na dann, ich bringe dich sofort hin. Jetzt sind wir auf einmal Top 4, Alter. Ja, wo sind wir denn? Wir sind jetzt in Azuga City. Von hier aus geht's in... Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich will nicht hier sein. Ja, nein. Jetzt bin ich hier und du lässt mich hier, du Arsch. Oh, nein! Oh, das ist so schlecht. Oh! Das kostet mir jetzt so viel Zeit. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach Oana City zurückrennen. Durch den Diktatunnel, damit wir wieder in Momoria City ankommen. Und damit wir von da aus zum Mondberg gehen können. Geil! Ich könnte mir ein besseres vorstellen im Leben. So, wir müssen aber bald mal den Tee finden. Ich weiß tatsächlich nicht, ich vergesse das jedes Mal, wo wir den bekommen. Ich glaube, irgendwo in Prismania City. Aber wenn wir ständig ganz fleißig die Leute ansprechen, sollten wir da, glaube ich, nichts verpassen. Er ist nicht der einzige Wachmann, der einen Tee verlangt. Ähm, wir haben mehrere solcher Wachmänner, die Tees verlangen. Ähm, die versperren halt den Weg zu bestimmten Städten, die später dann halt einfach Abkürzungen sind. Okay, aber es geht relativ schnell, Gott sei Dank. Lala, lalalala, lala. Tombo. Oh, nein! Oh, ein Taubsi. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Schön, dass ich mit der B-Taste oder der oberen Taste auf dem Pokeball direkt zur Flucht komme. Überall Tomboga. Abra! Ja, das hat sich schon... Ah! Wie ist er einfach direkt flieht? Also eine Abra Shiny Chain. Da habe ich ja Bock drauf, Alter. Shit, das wird spaßig. Wir haben da auch was vergessen, übrigens. So, der Taubsi ist auch weg. Krass, wir die einfach so random verschwinden. Cool. Ich weiß ja nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich freue mich auf das Shiny Chaining. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. So. Hier müssen wir nicht hin. Wir sind gehealt as fork, glaube ich. Und dann gehen wir einfach mal hier lang und sind auch schon wieder am Diktatunnel. Wir könnten theoretisch jetzt die ganze Route machen, machen wir aber nicht. Das machen wir, wenn wir hier hin müssen. Das dauert noch ein bisschen. Am Ende wird auch Relaxer auf uns warten. What? Charnera? Das Pokémon ist super mega selten. Oh mein Gott. Level 18. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Oh, boah. Ewoli, warum habe ich dir die goldenen Himbeere gegeben? Fuck. Alter, ich bin nervös. Nein, 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 nein. Beutel. A la Premium muss das sein jetzt hier. Premium. Nein. A la Charnera. Super seltenes Pokémon. Warum kommt das in der Diktahöhle? Ja. Wir haben Charnera gefangen. What? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Alter, 711 Punkte. Und das war Level 18. Heftig. Kapital erreicht auch Level 18. Zwei Level noch. Geil. Alle Level ab hier. Nice, Junge. Das freut mich ein bisschen. Es hat 700 EP gegeben, ne? Na komm. Ist es, weil es so selten war oder was? Krass, an der Charnera einfach. Wie krass ist das denn? Charnera ist ein warmherzig, äh, ist sehr warmherzig und freundlich. Es kümmert sich liebevoll um verletzte Lebewesen, indem es seine nahhaften Eier mit ihnen teilt. Alles klar. Alter, den, ich will den jetzt mal hinter mir herlaufen lassen. Das ist ja mal richtig heftig jetzt. Finden wir einfach ein Charnera. Easy as fuck. Sortieren. Nach Pokédex nochmal. Das ist relativ weit unten. Genau wie jedes seltene Pokémon. So, dem Team hinzufügen. Zweite Taboga kann dafür mal schwinden. So, dann gehen wir ins Team. Und sagen, Charnera. 123 KP, Alter. Geiles Ding. So, und Regara, du musst ein bisschen chillen. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Den nehme ich aber nicht mit ins Team. Keine Sorge. Wäre beinahe hingefallen. Jetzt auch wieder läuft sich das auch so aus. Es ist doch geil. Wie es einfach so hüpft. Ich will hier jedes Pokémon im Let's Play immer hinter mir hergelaufen haben. Haben? Lassen? Keine Ahnung. Hinter mir hergelaufen lassen haben. Irgendwie so. Charnera in der Dic... Also damals gab es hier nur Dictor und Dictory. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt super selten ist. Also eigentlich unglaublich selten. Aber ich weiß nicht, wie es im Pokémon Let's Go jetzt ist, ne? Finde ich trotzdem hart. Harter Tobak ist das. So. Äh, kann ich da hin? Waren wir da schon? Ja, ne? Ja, Charnera ist einfach zu fett. Er ist einfach zu fett für diesen Tunnel. Geil. So, Leute. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen in der ersten Arena-Stadt. So. Und wir gehen direkt nach rechts. Tja, Rocco. So. So, ihr Low-Trainer. Habt ihr ein bisschen trainiert? Guckt mal, was ich gefangen habe gerade. Da guckt ihr aber. Ja, geil, ne? Geil. Sexy Genera. Rettern? Na, brauchen wir nicht. Aber rettern siehst du auch kaum in der Wiese, ne? Das ist auch geil. La 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 la. Oh! Hast du ein Glücksei gefunden? Ah, dieses komische Verzerren von dem Pokémon-Sound. Eine Nana-Beere. Ach, wie es mich angrinst. Es ist so ein schönes Pokémon. Radfratz, sonst irgendwas Interessantes? Ne. Macht immer Spaß im Gras zu gucken, ob da was Interessantes drin ist. So. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir die Aufnahme beenden, schauen wir noch ein bisschen, ob wir vielleicht ein Onyx finden. Das wäre ja zu Ende der Aufnahme sehr geil. Und da würde ich da ein bisschen drauf rumreiten. So, Onyx haben wir gefunden. Am Ende der Höhle. Aber der wird vermutlich an jedem Abschnitt hier auftauchen können. Gehe ich mal einfach von aus. So. Warte mal, ich kann noch Lock-Parfüm verwenden. Da kommen doch seltener Pokémon. Hab ich noch Lock-Parfüm? Ja, zwei Stück. Oh, oh. Das wird gut heute. So. Mysteriöse Dünste. Oh! Ah, ich will kein Zubat. Und dann noch so ein kleines. Nein, keine Premierbälle. Bist du verrückt? Oh, nix werde ich auch mit einem Premierball fangen wollen. 53.000? Oh. Wir sind ja rich, es. Oh Gott. Wir sind ja rich wie sonst einer. Holy shit. So, ich, äh, wie gesagt, ich muss die Aufnahme gleich beenden. Äh, nicht, weil ich jetzt keinen Bock mehr hätte, sondern einfach aus dem Grund, dass ich erst mein Ziel für die Aufnahme zumindest erreicht habe. Flottbombombe, geil. Oh, und weil wir 17 Uhr haben und ich die Folge langsam mal raushauen müsste. Denn ich hatte keine Folgen mehr. Ich hab gestern noch gestreamt und dann hab ich sie mehr geschafft. Deswegen kommt die Folge heute relativ spät. Äh, ich muss die Folge, die erste Folge dieser Aufnahme noch schneiden und hochladen. Das ist halt mein Problem gerade. Äh, ja. Damit ihr die wenigsten heute noch seht. Weil sonst wäre heute Videoausfall. Und das, äh, im zweiten Tag des erst, äh, des vierten YouTube-Jahres. Das wäre schon traurig. So. La, 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 la. Ach, komm, Onyx. Ich weiß ganz genau, dass du hier irgendwo bist. Kannst mir nichts erzählen. Oh, es wirkt nicht mehr. Ich setze es gleich nochmal ein. Ah, kleinen Schein. So. Wie gesagt, wenn das Pokémon dann shiny ist, dann sieht man es schon, bevor man es, äh, antippt. Ah. Und ich werde so Schiss haben, wenn ich ein shiny Pokémon finde und es gerade fange. Wie gesagt, dass es halt instant einfach mir wegflieht. Das kann ja passieren. Das haben wir ja schon des Öfteren gesehen bei manchen Pokémon. Ach, Shiggy wollte ich mir eigentlich auch noch holen, ne? Ach. Wenn nicht, muss ich es in der nächsten Aufnahme machen. Und wenn ich das vergesse, erinnert mich bitte in den Kommentaren dran, äh, dass ich, äh, noch ein Shiggy fangen, äh, holen muss. Ich müsste ja mittlerweile 60 Pokémon haben, oder? Gefangen. 58. 28 verschiedene. Wir haben heute nicht so viel gefangen in der Aufnahme. Wir waren mit anderen Dingen beschäftigt. Mit der MS Annie und, oh, mit Pipi. Und natürlich mit Major Bob. Ich finde, damit zu werfen ist viel geiler. Du kannst besser balancen. Und das macht halt auch mehr Sinn irgendwie. Ich finde es besser mit dem. Und der geht halt nicht einfach in die falsche Richtung. Und du kannst einmal so, du musst das Handgelenk halten, ne? Kannst du besser... Finde ich nice. So. Pipi. So, wenn wir... Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo wir Onyx gefangen haben. Wir sind ja quasi schon fast durch, ne? Sind die schon Ende? Okay, schon Ende. Null. Ach, das war doch da. Ach, das war doch da irgendwo unten. Ich werde jetzt hier runterlaufen, das Lockparfüm nochmal verwenden. Komm, wir müssen doch irgendwo einen Onyx finden. Ein richtig fettes Onyx. Das kann doch nicht so selten gewesen sein. Wofür ist der eigentlich hier? Es gibt Leute, die sich da überfreuen. Dann kann ich den das ja auch für 10 Millionen verkaufen. So weit. Kleinstein. Nix besonders. Okay, aber nicht nur Pokémon, die wir noch nicht haben, machen Geräusche. Pipi. Ich finde es tatsächlich gut. Man sieht zwar, man kann den Pokémon ausweichen. Damals hatte man halt immer Schiss, durch das hohe Gras zu laufen, weil dann taucht es halt random auf. Aber du kannst jetzt halt hier nicht wirklich vor jedem Pokémon wegrennen auch gleichzeitig. Das erfordert Skill. Und das ist halt noch geiler als vorher dann. Weil es... ein bisschen Skill erfordert, um wirklich vor den Pokémon, den nicht direkt in die Arme zu laufen. Das war es dann mit dem. hier haben wir Onyx gefunden. Was ist denn da hinten eigentlich? Kommt man da hin? Wahrscheinlich schon, ne? Onyx. Onyx. A-Ron. Jeder kennt A-Ron, das Onyx. Konnte man sich mal ertauschen, den Joto. Hat man relativ schnell einen Onyx gehabt. Das geht hier natürlich nicht. Hm. Ich habe natürlich auch nicht mehr so viel Log-Parfüm, ne? Ach, das ist das hier, glaube ich. Hä? Hm. Ach, hier sind wir. Okay. Hallo. Lol, die Trainer sind ja gar nicht mehr zu sehen. Team Rocket und so. Ich glaube, die leben hier leben lang jetzt. So, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt, äh, ein Biom neu lade, oder halt eine Gegend neu lade, wie jetzt zum Beispiel? Sind die Pokémon, die vorher dann waren, die spawnen die an und dann kamen neue? Vielleicht darunter auch Onyx? LOL! Das ist doch nicht wahr! Noch ein Schoneerer! Ich bezweifle... LOL. Ich bezweifle gerade die Seltenheit ein bisschen. Finde ich schade. Alter, zwei Schoneerer. Krass, Alter. Wir fangen ja die seltensten, krassen Pokémon ohne Probleme. Aber kein Onyx! Kein Onyx. Hm. Boah! Ah! Voll aus Speed, das Pipi. Lalalalalalalala. Oh! Padas, Padas! Oh! Okay, ich laufe jetzt noch einmal bis zum Ende durch, laufe hier ein bisschen in den Teer und dann, äh, müssen wir in der nächsten Nachnachung vielleicht mal gucken, dass wir da in einen Onyx kommen, denn unser Team muss langsam mal ein bisschen bestärkt werden. Wir können ja nicht nur immer mit Evoli und mit, äh, Ultrigaria kämpfen. Wir brauchen etwas mehr Vielfalt im Team. La, 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 la. Und wenn ich einen Zeitraffer machen muss, dann ist das dann halt so. Schauen wir mal. Ich werde natürlich jetzt das Let's Play natürlich nicht ewig in die Länge strecken, aber sowas, das sind ja auch so Abschnitte, die man mal, äh, machen muss. Um das zu erreichen, was man sucht. La, 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 la. Oh! Subhat! Okay, ich glaube, das wird nichts in dieser Aufnahme. Gut, dann gehen wir noch aus der Höhle raus und beenden hier vor dem Höhleneingang oder Ausgang, wie man es nimmt, die Aufnahme und ich würde sagen, ähm, ja. Scharnera ist sehr glücklich, jetzt in unserem Team zu sein und, äh, Scharnera verabschiede sich auch für diese heutige Aufnahme und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in dem wir hoffentlich ein Onyx fangen werden. So, Eroli, du bist dann auch raus, ne? Ja. Gut, bis dann, haut rein, Scharnv und bis zur nächsten Folge. bis dann. Bis dann! urg